Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir spielen einen neuen Simulator und zwar den Simmetro Simulator. Keine Ahnung warum das Simmetro heißt. Jedenfalls er wird auf YouTube und von meinen anderen YouTuber Kollegen sehr gefeiert. Es schaut richtig gut aus. Sehr realistisch und für das was er bietet kostet er recht wenig. Und ja eins sage ich gleich vorweg. Ich bin total schlecht wenn es darum geht irgendwie in Japan Zug zu fahren. Gut ich habe allgemein manchmal so meine Probleme. Aber hier wo man dann auch noch so präzise anhalten muss und die Taktung ganz schön eng ist. Ja also erwartet nicht dass ich hier eine perfekte Fahrt fahre oder auch pünktlich bin. Das ist nicht. Ja wenn man hier das Spiel startet dann kommt man hier erstmal in die Aufgabenliste was man hier halt so fahren kann. Da sieht man dann auch von welchem Abschnitt da was ist. Keine Ahnung was jetzt hier das rote ist. Ich bin ganz kurz mal das blaue hier mal gefahren. Es gibt hier eine Tutorial Section. Die ist echt geil gemacht. Die ist so hier mit den Bildern oder man kann hier de facto fast alles irgendwie bedienen. Keine Ahnung was das alles ist. Ich kann den Zug in Bewegung bringen und anhalten und die Türen gehen auf und wieder zu. Es ist auch erklärt hier wie man die Startup Procedure macht. Driving Basics. Wie die Signale ausschauen. Zum Stichwort Signale. Ich weiß übrigens nicht was hier das top v max ist. Einfach nur free. Und später wenn man dann hier die Fahrt macht dann sehe ich in der Beschleunigung her dass die bis zu 80 hochgehen. Aber was ist das Maximum? Dann werden Dead Sections hier noch erklärt. Die ganzen View-Modi. Ja. Von den Einstellungen her. Wir sind hier auf 4K. DLS ist auf Performance. Ansonsten ist alles auf High. Es ist auf Englisch eingestellt. Gibt eh sonst nichts interessantes für uns. Und ich würde sagen jetzt gehen wir mal als Szenario. Vielleicht fahre ich jetzt bei etwas was ich noch gar nicht gefahren bin. Irgendwas von denen hier. Irgendwas am Tag vielleicht. 18 Uhr. 7.31 Uhr. Fahren wir doch mal das hier. 6 Uhr 1. Und da kann man jetzt auswählen mit was für einem Zug man hier fährt. Ich kann euch zu den Zügen an sich gar nicht so viel sagen. Mit dem fahre ich hart hier rum. Man kann dann hier sagen Kaltstart, Baumstart. Ob man die Türen steuern möchte. Ich habe das auf Aus. Die sind schon hochgelüstet. Und ich würde sagen wir fahren mit dem da. Mit dem bin ich jetzt schon ein paar mal gefahren. Damit komme ich einigermaßen zurecht. So. Fertig geladen. Okay. Wobei es ist doch ein bisschen dunkel. Ah ja. Das ist das mit der Beschleunigungstabelle was ich da meinte. Da gehen die halt so ein bisschen über 80. Ein bisschen 90. Aber so irgendwas zwischen 80 und 90 von die hier die meiste Zeit. Aber da kann man dann hier sehen. Wie man dann vermutlich am besten so fahren sollte. Bitte. Ähm. So. Irgendwas zu einer besseren Uhrzeit. Irgendwas 17.45. 16.34. 31.34. Versuchen wir es mal mit dem. Und krass finde ich einfach wie schnell der halt einfach lädt. Das ist irre. Okay. Baut Richtung Sender nach vorne. Bremsen lösen. Ah. Ich glaube ich muss ja einmal auf die Notbremse. Ja genau. Jetzt löst er. Und dann Gas geben. Kann auch nicht sagen inwiefern das Fahrgeräusch authentisch ist. Für mich klingt es ein bisschen komisch. Aber ist erstmal okay für den Anfang. Dann machen wir schon das Lämpchen, das wir hier anhalten sollen. Und hier rechts hat es gleich eine Tafel, dass man hier so 10 kmh fahren soll. Damit wir jetzt hier da schön richtig anhalten. Und dann haben wir hier diesen Zähler. Boah krass. Plus 100. Aber idealerweise wäre es natürlich bei 0 ist. Ja und die Musik kommt hier auch die ganze Zeit. Mann, das ist schön, aber wiederholt sich dann. So. 16.35. Hätte mal kommen sollen. Wie war das in Japan? Ab 20 Sekunden ist man verspätet. Nein, glaube ich war weniger. Okay. Aber schön, dass es wenigstens auch in Englisch sagen. Ich glaube, jetzt zunächst war ich hier ansonsten komplett aufgeschmissen. So, ähm... Wie schaut es jetzt aus mit der Abfahrt? Wollen wir jetzt noch ein bisschen stehen. Es gibt auch eine Außenkamera. Also, beziehungsweise, es gibt diese Ansicht hier. Und dann gibt es hier diese Außenansichtskamera. Wenn man dann nochmal auf 3 drückt, dann kann man sich ein bisschen umsehen. Ich hab's noch nicht rausgekriegt, wie man so ein bisschen herumgehen kann. Kamera bleibt einfach so. Mann, der Kolokadeff hat's auch schon fahren. Ich will auch fahren. Hm. Ja, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich noch halbwegs pünktlich bei der letzten Station ankomme. Aber sind das jetzt unsere Türen? Nee. Ach, Menno. Er düst jetzt hier ab. Da sind es jetzt endlich wir. Ja, geil. Wir können abdüsen. Ein Maximum Schmackes. Boah, schaut mal, wie schön das ist. Und performance-mäßig echt eine Wucht. Läuft einwandfrei. So, jetzt sind wir ein bisschen über 80. Wo ist die nächste Station? Gut, da haben wir noch ein bisschen. Geil. So, ich geh mal mit dem Gas weg. Ich hab jetzt ein bisschen arg schnell. Aber wenn jemand weiß, was hier theoretisch das Maximale ist, was man fahren darf, schreibt es gerne in die Kommentare. Vermutlich mal, das ist irgendwas hier um die 90. Ich mein, wir können jetzt hier nochmal schauen. 80. Ich hab ja keine Ahnung, wo wir sind, ne? Wenn das die 80er Linie ist. Die werden nicht schneller als 80 hier. Glaub ich. Okay, dann bleiben wir dabei, dass wir hier nicht schneller als 80 fahren. Ja, wenn ich die ganzen Sachen lesen könnte, wäre es halt schon nicht von Vorteil. Ja, um 39 sollten wir da sein. Jetzt ist 39, 46. Ah, ich glaub, da hätte ich jetzt mal nicht so krass bremsen müssen. Was sagt der da? Sagt der, ich bremsscheiße? Oh, ich soll schneller fahren. Oder hab ich Verspätung? Ja gut, Verspätung hab ich, klar. Na? Na gut, minus 400. Besser als gar nichts. Ah, das war ja nie wieder einfahren können. Holy shit. Ich hab das, das war immer der letzte Fahrt, danach bin ich gekündigt. Bin das mit den Türen schneller zu? Ja. Cool. Maximum Schmack ist. Komisch, die Stelle hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Jetzt hätte ich das in dem anderen Nippeness Race Simulator da gesehen, den ich testet habe im Early Access. Wo man da voll, weil so de facto nichts spielen kann. So ein Scam, ey. Wobei ich bei dem mal überlegt habe, ob ich mir nicht doch eine Strecke hole. Einfach nur als Neugierd, wie die Strecke an sich aussieht. Auch wenn ich einer das Geld eigentlich nicht geben will. Ja, das richtige Bremsen habe ich echt noch nicht draußen. Ja, ist ja gut. Minus 200. Geht doch. Ey, wir sind fast parallel. Oder fast. Zeig mich auch Stationen ohne diese automatischen Türen. So, Maximum Schmack jetzt. Ja, das wäre nichts für mich, da in Japan Eisenbahn zu fahren. Also wenn, dann irgendwo Heritage mäßig, ja. aber so ein Metro oder die Hochgeschwindigkeitszüge ist eine enge Taktung. naja. Ich frage mich, ob ich dann irgendwie eine Anzeige kriege für Stationen, wo ich nicht anhalten soll. Oder blinkt dann einfach diese rote Anzeige da in der Mitte einfach dann nicht. So. Sehr gut. Das wäre natürlich schön, wenn hier die Leute noch ein bisschen rumlaufen würden. So sieht es halt ein bisschen leer aus. So. Wie schauen wir aus? 43. Naja. Außer vom Design her schon ein bisschen altbacken, ne? Ich finde es aber so spannend, was in Japan so an Zügen rumfährt. Also rein designtechnisch, wenn die da jede Sonderzüge haben, die schauen schon teilweise echt geil aus. Das ist echt kein schöner Bahnhof. Ja, da steht eine normale Lok da links. Da hat es ja einen normalen Zugverkehr. Ja. Was ist ein HDX-Service? Nicht einmal... Ja, da hinten ist eine Diesel-Lock unterwegs. Ist ja ganz schön retro für Japan. Na gut. Ich glaube, mich mal auf mein Zug konzentrieren. So. Nächste Ankunftszeit. 16.48. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein einziges Szenario hier fertig gefahren. Bin schon gespannt, ob ich da irgendwie eine Auswertung kriege mit Benotung. Also, ist bei mir dann eh durchgefallen, aber trotzdem. Wird mich interessieren. Ich kann nicht leben. also, ein Kleiner das Da kommt ein bisschen nach. Oh, Wahnsinn. Zehn Sekunden nach. Das war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Hey, ich bin stolz auf mich. Kann man in der Außenkamera diese blöden Sachen hier ausblenden? Ich bin gespannt, man kann sich da irgendwie bewegen. Hey, Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Äh, Settings, Key Mapping. Hat es da irgendwas mit... Das war die ganzen Sachen, die sind noch gar nicht mehr belegt. Das müsste ich noch irgendwie belegen. Äh, irgendwas mit Move Around. Hat es da sowas? Kameramode 1, 2, 3. Switch Camera mit links. Und rechts ein Hideview mit 5. Echt, was passiert denn da? Da passiert nichts. Ah, das sind hier die Ansichten. Und auch hier. Moin. Wer hat jetzt ausschaut, wie so ein Tische wie von vorne. So, Abmarsch. Ja, voll. Okay, was ist jetzt? So, Entschuldigung. Da war der Ton mal kurz weg. Oh, Scheiße. 45. Bitte keine Notbremse, bitte keine Notbremse, bitte keine Notbremse. Fuck. Notbremse. Ah, Mann. Das war's mit dem Fahrplan. Was soll er sich jetzt schon wieder beschweren? Ich glaube, das ist wirklich, dass ich arg zu spät bin oder sowas. Oder, dass ich bremsen soll? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Na, komm. Ah, Scheiße. Komm, wir sind noch. Okay. Wunderbar. Okay, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin sofort wieder da. Und einen Schnitt später bin ich schon wieder da. So, gelb und grün. Boah, 45, oder? Wollen wir mal nachschauen. Tutorials, Signal. Gelb und grün ist da gar nicht. Ah, wird schon 45 sein. Hoffe ich mal. Sonst werde ich es gleich mitkriegen. Ansonsten haben wir hier nicht sehr viel Spannendes zu sehen. Außer ein Haufen Klimaanlagen. Was kommt denn jetzt vorbei? Ach, der Express. Mal wieder. Ah, endlich. Abwart. So, 16,54. Zweieinhalb Minuten irgendwo. Soviel zum Thema, dass wir nicht überall anhalten. Immer vorsichtig Gas. Na, beschwert sich mal Netwing 45. Ah, wird schon passen. Oh, das sieht ja mal geil aus hier. Krasse Brückengestaltung. Oh ja, lass mal so fahren. Einfach, da müssen wir ein bisschen mehr sehen. Hahaha. Das ist der ganze Zug weg. Alles klar. Also, wenn man hier so ein bisschen Panorama haben will. Boah, mega depot. Ja, ja, ich bremse ja schon. Was sagst du mir? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, ist ja gut. Ich bremse ja schon. Was will der von mir? Kann das mal bitte jemand in die Kommentare reinschreiben, was er jetzt von mir will? Darf ich jetzt wieder Gas geben? Tatsache. Ah, da kommt auch die Ansage. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, aber immerhin darf man den Expressen wohl. Ah, jetzt kommt die Ansage. Was? Jetzt ist das Signal rechts wieder für uns gewählt. Hä? Nein. Oh, Mann. Ah, ist doch nervig. Ja, ich weiß. Ich fahr doof. Holy shit. Wieder null. Nice. Ich freu mir. No, 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 no. Ah, ja. Ah, da gibt's sicher Leute, die da viel perfekter fahren. Ich kann jetzt die Zeit einhalten und da jedes Mal auf null treffen. Da hat's bestimmt einen Trick, aber den weiß ich natürlich nicht. Ach, das war's? Äh. Keine Ausweitung, kein... Gar nichts. Alles klar. Ja, jedenfalls, das war jetzt erstmal so ein kleiner Einblick in den Hümsim-Metro-Simulator. Ja, mal schauen. Vielleicht werde ich noch ein, zweimal da ein bisschen rum experimentieren. Ist an sich ein guter Simulator. Ist das Potenzial. Und dass man da sehr realistisch fahren kann. Nur für mich ist das einfach nichts. Ich glaube, ich fahr dann lieber in England oder in Polen. Oder in Deutschland. Keine Ahnung. Da die Züge. Da ist man nicht ganz so streng. Also, bis dann. Macht's gut. Bleibt's gesund. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.